Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 21.11.2024. Unser DAX hat sich ganz schön hängen lassen, es wirkte auch nicht ganz so positiv gestimmt. Wir hatten uns unterhalten über die Chancen, die er insbesondere nach diesem schönen Auftreten hätte, jetzt hier impulsiv wieder rauszusteigen, also gerade aus dem Tagesschart hat man gesagt, ein mögliches Bewegungs-End hier unten, das könnte Käufer animieren, dort eben deutlicher reinzuspringen, wenn wir Dynamik nach oben sehen, wenn er uns aktiv über der 19.100 nach oben rausdrückt. Und ja, das war eigentlich nicht zu viel verlangt, was wir sehen wollten, aber er hat es nicht geliefert. Also er ist bei Aufwärtskep zwar oben rausgekommen, aber das war A, nicht impulsiv, B war das keine Kaufdynamik da drin, also wir haben eigentlich eher mehr rote Kerzen hintereinander gereiht hier und haben uns dann auch wieder unter die 19.100 gedrückt und dann sogar an der 18.900 mal geschnuppert. Und die 18.900, halt die 19.000 geschnuppert. Wir haben es vorhin schon einmal durcheinander gemacht. Die 19.000, dort hat er schon mal dran geschnuppert und das war von gestern, von unserer gestrigen Betrachtung ein bisschen die Orientierungsmarke nach unten, wo man gesagt hat, also unter 19.000 kriegt er dann eher die Tendenz nach unten. Das hat er aber nicht angenommen. Wahrscheinlich in Erwartungshaltung, dass hier eh die positiven Video-Zahlen dann nachher gleich noch durchgeflattert werden. Und es ihn dann wieder zurückzieht, wollten sich wahrscheinlich die Verkäufer dann auch noch nicht raustrauen. Und so hat es den unten rausgestellt und dann kamen keine Anschlussverkäufe. Dann hat er oben drei gemacht, das hat er da unten verlassen, kamen auch keine Anschlussverkäufe. Ich denke wirklich so ein bisschen, weil sie sich gedacht haben, naja, nachher kommt Nvidia, die hauen wieder positive Zahlen, dann springt wieder alles nach oben, klemmer uns das doch und warten hier noch. Heißt, solltet ihr jetzt hier ein fettes Aufwärtsgap durch Nvidia-Zahlen und so weiter positive Gesamtmarktstimmung ausfallen, wenn der Markt kommt relativ unverändert rein am Donnerstag, hat er schon das Potenzial, diese gesetzten Verkaufssignale, die wir hatten, dann noch nachträglich ein bisschen auszuspielen. Das heißt, wenn es unseren DAX-Programm nicht so tief kommt, hier einfach wieder nach unten treibt, hat er schon die Chance, das dann zu verlängern. Und hier nochmal in die nächste Bewegung reinzugehen, so 19.000, unter den 19.000 dann ans Band runter, hier in die neuen, ja, liegt jetzt bei 9,40, 9,20, aber dann eben auch wieder weiter, 8,80 und dann eben noch ein neues Tief. Solange, diese Tieffolge erinnert euch dann, was wir im Tagesschau besprochen haben. Ja, solange, wie er uns nicht dynamisch nach oben anzieht und das Muster verlässt, müssen wir uns darauf einstellen, dass da immer weiter der noch so abklickern kann und nochmal Tiefs reinstellen kann. Und im Zweifel, bis er da unten sogar hier auf die Kante unten drauf tritt. Ich muss allerdings sagen, für mich riecht es langsam schon ein wenig danach, wie als werden wir als bald in den nächsten Tagen schon mal ein bisschen mehr in die Auflösung gehen des Korrekturmusters, auch des gesamten Korrekturmusters. Weil eines ist immer ganz, ganz, ganz typisch, wenn der Markt lange Seitwärtsphasen hat. Irgendwann sind die Leute so genervt von diesem zur Seite gehampelt, was der macht und diesen Fehl-Signal-Gesetze und diesen, ich überschreite eine Marke, wo ich eigentlich steigen müsste, steige aber nicht, dann falle ich unter eine Marke, wo ich eigentlich fallen müsste, falle aber nicht. Sind die Leute so genervt, dass sie sich irgendwann dann so dieses Risikomanagement abgewöhnen, weil sie keinen Bock darauf haben, die ganze Zeit irgendwo in Stop-Loss zu fangen, auch wenn es kleine Stop-Loss sind, und fangen dann an, im Minus nachzukaufen, Stop-Loss rauszuziehen. So diese klassischen Fehler, die man nicht machen darf im Trading, und sie werden dafür belohnt. Sie werden jetzt angefüttert, und das ist immer was. Erinnert euch, das erzähle ich euch jedes Mal, wenn wir irgendwelche Seitwärtsphasen drin haben. Und es ist immer so, dass wenn zunehmend die Leute damit anfangen, dann auch andere davon überzeugen zu wollen, wie gut das doch funktioniert, wenn du einfach Minus nachkaufst und nicht die Fotos realisierst, oder einfach die Stop-Loss rausnimmst. Umso stärker das in die Ausprägung kommt, umso mehr diese Gedanken kriegen, umso eher kommt der Moment, wo der Markt sich dann aus so einem Geschiebe, auf der Stelle rumgehampelt, rauslöst, und dann wirklich, wie ich das gesagt habe, so eine 1.000, 2.000 Punkte Bewegungswelle einfach rausschlägt. Ja, also wirklich auch impulsiv rausschlägt. Mit hoch, und dann kommt kein Schwein mehr rein, weil das meistens dann eine Bewegung ist, die auch mit einem Gap eingeleitet wird. Das finden die Leute dann schon übertrieben, trauen sich dann gar nicht mehr Long oder Short zu gehen, und dann macht der Markt einfach weiter. Also im konkreten Fall, das ist ja jetzt hier ein Bullshit-Muster, mal einfach durchgesprochen, das Szenario, Markt kommt über eine 19.300 beispielsweise in den Handel, Leute denken sich, naja, gut, ist aber vielleicht auch übertrieben, und dann macht er das Gap nicht zu, stößt an dem gleichen Tag noch unter 500, und dann sagen sich die Leute, ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr Long gehen, die paar Meter bis zum Allzeithoch da, das klemme ich mir, dann gehe ich hier Short. So, dann macht er das aber nicht, dann dreht er nicht, dann steigt er weiter, macht er am nächsten Tag wieder einen Aufwärts-Gap, und dann zieht er nochmal 200 Punkte. Dann steht er irgendwo bei einer 19.895, finden alle übertrieben, keiner traut sich mehr Long zu gehen, gehen Short, und dann steigt er 1000 Punkte weiter. Das wäre so ein typischer Fall. Oder, der kann auf der Unterseite genauso, das macht unser Tag auch auf der Unterseite schön. Ja, aber es wird meistens über ein kräftigeres Gap eingeleitet, also würde dann in dem Falle zum Beispiel unter die Tiefsee gappen, also unter einer 1800 plötzlich eröffnen, alle würden denken, oh, das klappt allerdings, muss ich dazu sagen, nur meistens, wenn die Nachrichtenlage nicht negativ ist, also so mit Ukraine, Krieg und Raketen und so, das klappt eben meistens nicht, ja, weil die Leute müssen dann denken, uh, das ist aber übertrieben so schlimm, ist es doch gar nicht. Ja, und dann hauen die alle Long dagegen, und der Markt fällt weiter, dann steht er hier, denken alle, na gut, jetzt ist der Punkt gekommen, wo er wieder auftreten muss, gehen wieder alle Long, zack, gebt er wieder drunter, ähm, legt unten weiter raus. Und so eine Bewegung, so eine intensive Bewegung, von dann wirklich mehreren 100 Punkten, die setzt eigentlich immer dann ein, wenn die Leute aus der Seitwärtsphase so gefrustet sind, dass sie komplett vergessen, wie man eigentlich richtig tradet, ja, weil sie sich komplett auf diese letzten Wochen festbrennen und sie an diesen 3, 4 düstlichen Wochen dann festmachen, ähm, wie, was, wo funktioniert, ja, und handeln dann eben, ähm, ohne Kopf und ohne Vernunft und kriegen dann halt so doll auf die Fresse, dass A, diese Gewinne, die sie durch dieses risikofreie Handeln erzeugt haben hier, die sind dann direkt weg und eben auch alles das, was davor noch angesammelt war, ja. Das sind dann so diese klassischen Tage, diese 1, 2 Tage, äh, die es ein paar Mal im Jahr gibt, 4, 5 Mal gibt es sowas im Jahr, wo dann einfach innerhalb von 2, 3 Tagen der Markt dann so schöne Bewegung abläuft, dass er wirklich gefühlt 80, 90% der Leute einfach rausgekirkelt kriegt, weil die die Bewegung so A, nicht kommen sehen haben, B, gar nicht mehr reingekommen sind und C, dann instinktiv einfach dagegen gehandelt haben. Ja, und dann lutscht der Markt die Leute einfach aus und schlägt die raus und sowas deutet sich hier langsam an. Also, ich kriege das zunehmend mit, ja. Wir haben jetzt auch schon welche im Chat gehabt, die da geschrieben haben, ja, sie kaufen im Minus nach und klappt doch gut, ist doch prima und alles fein. Andere, äh, von anderen Seiten kriege ich mit, dass die Leute die Stop-Loss rausnehmen und, ja, sie sind ja wieder davon gekommen und hätten sie doch, äh, Stop-Loss weggelassen, dann wären sie jetzt auch wieder im Gewinn. Das ist so ganz klassisch halt, ne? Das ist immer so bei den Leuten. Das ist immer so dieses Denken, dieses psychische Geschieb. Der Markt bereitet die Leute eigentlich vor, gemolken zu werden. Und wer da jetzt beim Zuhören selber merkt, ah, ja, irgendwie jetzt bei mir auch, merke ich selber, dann lieber, lieber ein paar Tage nichts machen, als dann wirklich Gefahr zu laufen, jetzt hier groß in die Fresse zu kriegen halt. Ne? Ey, das geht jetzt nicht morgen oder übermorgen los, ja? Ähm, das, das, das kann schon noch ein, zwei Wochen dauern, aber das ist nicht mehr weit weg, ja? Wenn wir die Spanne jetzt auch angucken, wir haben das jetzt hier so seit dieses Geschiebe, dieses schöne Geschiebe zur Seite, fast einen Monat, kann man sagen, ja? Also gut vier Wochen. Das ist ja wirklich so richtig ekelhaft, immer wieder hoch und runter und dann, ja, durch die US-Wahl auch ein bisschen aufgepeitscht, ja? Aber das riecht wirklich danach, wie jetzt kriegen wir hier bald wieder eine schönere Bewegung, die dann auch mal ein paar hunderte Punkte anhalten kann, ja? Also da sollte man jetzt dann langsam auch feinfühlig werden und, ähm, ich kann da nur den Tipp geben für diejenigen, die da jetzt mit sowas auch unterwegs sind und schon sehr davon überzeugt sind, macht euch vielleicht trotzdem irgendwo so eine Sicherheitsreißleine, dass ihr sagt, wenn der Markt über einen bestimmten Bereich geht, dann realisiere ich komplett egal, was da steht. Weil ich verspreche euch, jetzt steht ihr da und sagt, naja, klar, klicke ich das mit der Hand dann weg. Ach, ich realisiere das. Ich würde sofort meine Longs realisieren, wenn der unter 18800 fällt. Das sagt ihr jetzt. Aber wenn der bei 18800 steht, ich verspreche euch, steht ihr da und denkt dann plötzlich, oh Gott, na vielleicht dreht er jetzt doch noch, na jetzt, mein Longs realisieren, so viel Verlust. Ne, das muss ja auch nicht sein, vielleicht könnt ihr ja da nochmal hochdrehen. Und dann macht ihr das nicht und dann schiebt ihr das weiter vor euch her und irgendwann kommt dann die große Katastrophe und der Markt sich wirklich durchpeitschen und keine Ahnung bei 7,9 steht oder noch tiefer, ich stelle mal 7,5 auf einmal oder oben auf der anderen Seite. Na, es ist ja, ich bin kein Hesse. Ich sage nicht, es schlagt uns weg. Ich sage nur, wir haben Bewegungsphasen, die wechseln sich ab und wir setzen unsere Szenarien, geben dafür die Triggerkanten vor. Ja, und mir geht es noch darum, euch einfach vorzubereiten, auf das, was kommen kann. Und das betrifft eben auch Marktphasen. Ja, und hier deutet es langsam an, dass das sich finalisiert hier. Ja, und da passt es einfach ein bisschen an. Jetzt noch kurz in die Erwartungshaltung hier. Ne, habe ich ja, war ich eigentlich schon fertig. Also wir hatten gesagt, wenn er hier runde drückt, auch direkt runde drückt, kann er locker bis zu einer 18, 800 auch am Donnerstag schon runternageln. Sollte er oberhalb von 19,100 aber ernst machen und jetzt nochmal hochdrücken. Hier haben wir noch diese Basis mit diesem Tief hier. Dann brauche ich aber eine impulsive Bewegung. Das heißt, ich brauche mindestens einen Stundenschutz über eine 1,50. Kriege ich einen Stundenschutz über eine 1,50, gehe ich davon aus, dass wir die zwei, ja, eher schon 2,50, 2,70 anspielen. Und wenn dort keine rote Stundenkerze entsteht, dann kriegen wir die 3,40 auch am Donnerstag gerissen. Ja, er muss bloß Druck bringen. Ja, schönen Druck über eine 100, schöne grüne Stundenkerze. Ähm, das würde mir schon reichen. Und ich würde ihm eine 3,40 ermöglichen. Und, ähm, das würde ich auch schon relativ früh festmachen, ja. Vielleicht nicht unbedingt die 8-Ur-Kerze, 9-Ur-Kerze wäre mir wichtiger. Ja, so ein bisschen als richtungsweisend. Und, ähm, auf der Oberseite ist das eine gute Schlagdistanz jetzt hier, bis, bis 2,70, 3,40 auch. Ja, von hier. Ja, dann hätte er das als Antrieb, das als kleine Gegenbewegung jetzt, das als neuer Antrieb. Oder er kegelt sich halt hier tatsächlich runter und pummelt sich hier auf ein neues Tief zurück. Ja, und dann könnte man hier eine Verlängerung ziehen, wäre man irgendwo bei 8,67. Und dann sollte man dort erstmal wieder hingucken, ob er von dort halt wieder hochzieht, ob er das nächste neue Tief wieder ankauft. Und wenn er das wieder ankauft, dann dürfte das auch noch dynamischer anziehen, als es das letzte Mal schon angezogen hat. Und dann auch über den Freitag gut verlängert werden. Das würde auch in der Donnerstags-Freitags-Kombination viel besser passen. Ja, aber ganz, ganz, ganz wichtig an all diejenigen, die jetzt hier mit dem Risikomanagement ein bisschen flachs wären und so alles, was vernünftig klingt, so ein bisschen von sich schieben, weil sie sagen, es funktioniert ja eh nicht. Ja, denkt daran, ihr befindet euch in einer Marktphase, wo bestimmte Sachen einfach schlecht funktionieren. In einer Marktphase, wo viele Fehlsignale sich ausbilden. Das kann sich sehr, sehr, sehr bald wieder ändern. Und das sind in meinen Augen, in meiner Meinung nach, sind das eigentlich Phasen, wo es sich mehr leichter und einfacher das Geld verdienen lässt im Trading als in diesen Bewegungen. Jetzt hat jeder so seine Vorteile, also jeder hat so seine, wie soll man sagen, seine Sachen, die einem liegen und Sachen, die einem nicht liegen. Manche liegt das seitwärts besser, aber ich finde immer, es ist in der Trendphase einfacher, was daraus zu beißen. Also auch nach oben raus zu skandieren halt. Hier irgendwie immer was abzuknippern, 30, 40 Punkte zu machen, da am Tag, das ist sicherlich drin, aber dass du wirklich mal in einer Woche irgendwo 500, 800 Punkte zusammengesammelt kriegst, das ist in einer Seitwärtsphase halt wirklich schwierig. Und das gelingt eher in einer Trendphase und deswegen bin ich da eher der Freund von, in so eine Richtung zu handeln und dann auch mal im Gewinn vielleicht mal was auszubauen. Und das kannst du in einer Seitwärtsphase halt komplett vergessen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, weil diese ganzen Signalgebungs-Dinge mit Überwinden und Rücklauf und so, das funktioniert ja halt alles nur bedingt, ja, weil der Markt immer wieder rüberläuft. Aber das ist eine Marktphase, das muss man sich bewusst machen und die nähert sich meiner Meinung nach langsam dem Ende. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, sich selbst bewusst zu machen. Wenn man es nicht bewusst macht, wird man bald überrascht und schimpft dann auf die Ursache dessen, was dann die Kurse so durchschiebt. Ja, und dann ist es gegebenenfalls zu spät, weil ihr dann nicht mehr handlungsfähig seid. Jetzt könnt ihr noch handeln, jetzt könnt ihr euch Sachen festlegen. Ja, hier unten, wenn dann die Longs komplett unter Wasser sind, dann handelt keiner mehr rational. Das schafft keiner. Ich wünsche euch was. Gutes Gedenken. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.